Es wird mir einfach alles zu viel. Ich brauche Medizin. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Mama, kommst du bitte? Ich fuhr gerade über die Wiese mit ihnen ein blaues Auto. Hast du gerade gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das ist nicht schlossig blau. Das ist das Schlafzimmer offen gehabt, dabei und herausgeguckt. Haben Sie gesehen, wie über die Wiese gefahren ist, das blaue Auto mit dem braunen Opel, über die Wiese gefahren ist? Ich glaube, es gibt heute nichts mehr drauf. Vielen Dank. Ich kann heute nur so ein bisschen essen und dann morgen weiter essen. Nur eine kleine Schüssel und dann mehr nicht, okay? Bitte, okay? Ich kann heute nicht so viel essen. Es geht auch nicht, weil hier im Himmel immer was los ist. Ich habe keine Ruhe vor dem Himmel. Ich wünschte, ich wäre richtig blind. Ich wünsche, ich wäre komplett blind, damit ich den Himmel, das alles draußen nicht mehr sehen kann. Das wünsche ich mir auch. Ich will nicht unbedingt blind werden. Wirklich. Man kann die Natur nicht beeinflussen. Das Wetter wäre gut, wenn man das könnte. Ich wünsche mir doch ein bisschen. Ich wünsche mir die Natur. Das wünsche mir doch auch ein bisschen. Ich wünsche mir doch den Himmel. Da oben ist ein Greifvogel. Oder? Ich höre doch nicht, oder was? Ich höre doch nicht, oder was? Ich höre doch nicht, oder was? Da ist wieder ein Greifvogel, da hinten, der kreist er wieder. Der ist aber rechts, so weit rechts ist der. Dann sucht der Futter da hinten. Da hinten fliegt er da hinten. Der ist aber zu weit weg, den kann ich nicht aufnehmen. Ist der zu weit weg? Der ist zu weit weg. Ist der zu weit weg? Ja. Ist der wirklich zu weit weg? Ja, der müsste näher herankommen. Ist der zu weit weg, um aufzunehmen? Zu weit weg? Ja. Ja. Das ist gar nicht wie schrei? Ja. Ja, das Regen. Guck mal, da höre ich ja die ganze Zeit hin. Aber man sieht nichts. Man kommt hoch. Und so wird das Kindergeschrei, der Kran nicht geschrei. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017